Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Wurms 2 Amagellon. Und äh, ja... 29. Ich muss zugeben, das Spiel hat mich in den letzten 3-4 Parts so geliebt. Scheiße, hab ich das vergessen zu... So geht das jetzt nicht, das muss ich lesen. Wäre sonst zu langweilig. Danke. Direkt mal Fail. Zum Glück bieten die Löcher im Kerse Schutz. Sei vorsichtig und versuche die gegnerischen Bücher zu besiegeln. WTF. Okay, das sieht krank aus. Was zur Hölle? WTF? Ich hab nur zwei, ja natürlich. Ich und den Dennis. Genau. So seh ich auch aus. Pfff, Bunkerbombe als erstes, das ist ja klar. Höh, höh! Scheiße, ich hab auf die Zeit nicht geachtet. Oh Gacke. Nee. Wer wird der hier getroffen, oder? Ich kann's probieren. Auf jeden Fall töten. Yes! Fall runter, yes! Erster Tod. Sauber, so macht man das. So. Mh, mit dem kann ich gar nichts machen. Hör mal, Mann! Das klingelt schon wieder an. Was will der denn? Ist der doof? Hä? Das hat dir aber sehr viel gebracht, Kollege. Aber jetzt ist der Dennis da unten dran. Nee. Das Level sieht schon krank aus. Das erinnert mich an das eine Level, wo ich so lange gebraucht habe. Das war auch so in die Höhe. Das ging auch so in die Höhe. Das war ziemlich kacke. Ich trau mich nicht, da hoch zu gehen. Irgendwie. Fall runter! Nein! Was hat der denn jetzt vor? Ist der komplett doof? Hä? Was hat denn das jetzt gebracht? Das verstehe ich jetzt nicht. Was macht der? Es gibt wahrscheinlich, ja... Es gibt auch. Hallo, was will ich denn machen? Entweder die kommen jetzt mal runter zu mir, oder die knallen sich da oben alle gegenseitig ab. Hä? Ich raff mir immer, die da wollen. Ich raff mir nicht! Von mir aus können die da machen, was sie wollen. Das sind mir eigentlich vollkommen Minger, Alter. So, der will seinen eigenen Kollegen da oben abknallen. Naja, von mir aus. Aber hat er nicht getroffen. Ja, irgendwann werden die da oben schon alles zerbomben. Was will der jetzt? Ach so, seine Kollegen zerbomben. Ah, ja. Von mir aus können die ruhig alles zerbomben, was wollen, ne? Pfff. Was willst du denn, ne? Du gibst. Du bist vernünftig. Eigentlich. Ich hätte zwar nicht gerne, dass du... Jetzt hör doch mal auf zu skippen und mach doch mal was hier. Ich weiß, ich könnte auch was machen, das wäre zu langweilig. Ja, nein! Hat er seinen Käse da getroffen? Nee. Nee, hat er nicht. Ach, Leute! Feigling! 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 Verstanden! Oh geil, den kann ich ja eigentlich... Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen, hier? Der ist eigentlich voll leicht zu killen. Ja, nein! Nee, hat er nicht. Nein. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau so, genau so. So, nächster Weg. Läuft doch! Was ist mit dir, Kumpane? Was sollte das werden? Warte, der kommt auch schlecht. Ich bin ja ganz da. So, ich habe gesehen, ich habe das hier bekommen. Und die hier werden jetzt erst mal alle weggebombt. Ja, ja. Frischkäse-Shedder. Käsescheiben. Oh, geil. Jetzt haben wir schon auf Käse. Oh, jetzt wird er doch mal auch durchgegeben, Mann. Jetzt soll doch die Leute unterhalten. Oh, kommt schon. Ich trau mich einfach nicht, Leute. Was ist das Problem? Ich kenne Worms zu gut. Ich weiß, wie schnell das hier mit der Liebe vorbei ist. Oh, der war doch gut. Der war doch gut. Nochmal so einbringen und dann hat sich die Sache da. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich trau mich nicht, mit einem da hoch zu gehen. Was ist das Problem? Ich trau mich nicht, mit einem da oben schließt der weg. Okay, der hat sich gerade eben fast beinahe da selber darunter geschossen. Kann er ja mal machen. Das ist ja nicht schlimm. Komm, tut mal was für euer Geld hier. Nein, nicht skippen. Bitte kommen, großer Vogel! Ja, genau so. Ja, genau, genau, genau. So, was soll die mal machen? So, was einfach mal machen. Ich bin am Überlegen, da oben ein bisschen das Loch reinzuteleportieren, aber irgendwie wäre das ja auch gackig. Ne, mit dem riskiere ich das nicht mehr. Dann riskiere ich das mit dem Offspringer. Also mit mir, sozusagen. Mit dem riskiere ich das mal. Ich habe ja drei Teleporter. Falls es zu brenzlig wird, kann ich ja wieder da rausgehen. Nee, noch eins, hör. Zu dem. Nee, zu dem. Ich will nämlich mal gucken, ob die mich jetzt angreifen würden. Also, ob die versuchen würden, sich da durchzuballern. Ja, der hat es schon mal versucht. Hat es so nicht geschafft. Der bleibt natürlich da unten. Das ist natürlich logisch. Das ist mir schon klar. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade selbst wehgetan. Okay. Der skippt! Der hätte sich doch einfach da durchgraben können. Was sind das denn für Deppen? Damit kommst du nicht weiter, mein Freund. Aber ich könnte versuchen, zu dir runterzugehen. Wie wär's mal damit? Versteht er das? Wenn ich jetzt einfach... Ich habe nur einen Brenner. Oh, nee. Das ist ja kacke. Mit einem Brenner komme ich da auch nicht durch. Dann muss ich warten, bis er sich durchgekramen hat. Dann muss ich leider warten. Ach, Leute. Jetzt bin ich schon da oben. Jetzt gibt doch nett. Oh, es gibt schon wieder eine mega lange Folge. Ich sieh's ja schon kommen. Was geht der denn? Langsam denke ich... Langsam zweifelig an die Intelligenz. Der... Der Würmer. Was soll das denn? David, machst du nur die Band ein bisschen kaputt. Aber mich kriegst du damit nicht kaputt. Ja, komm, baller dich durch. Baller dich durch. Komm, komm, komm. Hol. Hol. Da oben doch nett. Sollst du nicht nur die Ecke da abmachen. Sollst du dich richtig durchballern, mein Freund. Äh. Sollst du dich richtig durchbauen? Sollst du dich richtig durchbauen? Oh, vor allem du könntest du dich doch mal da durchbauen? Mein Gott, Krümling. Krümling. also ihr seht jetzt neun minuten nur skippen aber es ist mir eigentlich vollkommen egal ich habe ein bisschen schiss versteckt er sich doch da drin komm jetzt baller dich doch mal dadurch komm schon traurig jawohl 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 ja ja wohl ja eigentlich war einer der es gerafft müsste was ich jetzt mache ich nehme einfach ein chat pack wenn ich eins habe da einer ist definitiv down zwei sind da so will ich dann sehen genau so will ich das aussehen die könnte ich zwar jetzt komplett angreifen weil ich jetzt ohne deckung da stehen vor allem der leck mich am arsch okay ich zweifle nicht nur an die an die an die intelligenz sondern auch an alles das ist natürlich ungünstig der der kann von mir aus dran sein der macht ihr nur scheiße da wo er jetzt kann ich auch irgendwie gekonnt einsetzen die hocken haben ja 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 genau nein die bananen fliegen zu weit ohne aber einer ist tot von mir aus kann der offspringer sogar da oben sterben das kann er sogar von mir aus es gibt es ist na scheiße ich bin auch natürlich jetzt und denn ist dran dann nehme ich nämlich jetzt meine schrottflinte und knall den da jetzt galt ab einfach mal gegohnt jetzt habe ich dass ich noch in 18 sekunden ganz schnell hinkommen ja so wollte ich das sehen so wollte ich das sehen sauber zwei gekillt wieder stinke könnte ich auf jeden fall noch kill mtf das frage ich mich auch was war das denn mtf was zur hölle haben die da gemacht wie viele haben die denn es ist ja unfair denn es jetzt gegen fünf oder wie viele sind das 1 2 3 4 ich habe noch einen teleporter aber ich trau mich jetzt um verregnet auch ich will gar nicht wissen wie viele luft kacke die haben ich muss es riskieren ich muss es einfach riskieren fack 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 bitte nicht bitte nicht bitte ich habe keinen mehr ich habe noch einen teleporter falls sie mich jetzt genau treffen ich habe noch einen ich will den stink da oben weg haben aber so kann man draufhauen vielleicht rutscht da runter ja genau das wollte ich fack hier fack hier haus sauber kann ich kann sauber dem ich mir noch nie sicher was ich mache ich war ja überlegen mich durchzubrennen ich habe zwar nur einen brenner aber es könnte ja funktionieren es funktioniert ich habe Angst dass der jetzt dran ist der ist auch bestimmt gut 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 der trifft 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 wtf was war das denn für ein skillshot schon wieder aber die sind locker hau einfach nur noch ab hier nur noch zwei bei wenn da die mine nicht mehr wenn da die mine nicht mehr ich muss sie jetzt ich muss irgendwie die mine da wegkriegen ja ich ich rischere das nicht dass die zeit laufen ich rischere das nicht der kann nicht treffen der kann nicht treffen ich wollte schon sagen ok ok irgendwie muss ich die mine da wegkriegen ich weiß noch nicht wie Anziehen Abstoßen Stoß die ab, stoß die ab Stoß die ab Okay, zum ersten Mal, dass ich mit dem Elektromagneten arbeite Ich bin auch stets begeistert jetzt gerade von mir Ich hab keinen Ich hab keinen Warum das? Aber das ist ja kacke Aber ich hab noch nen Jetpack Ich hab aber auch nur noch 6 Sekunden Egal, ich chill Der ist nicht dran Der darf nicht dran sein Ich wollte schon sagen Der konnte einfach nicht dran sein Ich bitte den am liebsten zum Baseballschläger da raus haben Komm schon Yes Ja, 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 komm, komm, einer noch Der Lüte Der Lüte Jawohl Ich weiß genau, wie ich das jetzt Ich weiß genau, wie ich die Pinner jetzt kriege Oh Gott, es wird nicht feierlich werden Oh Gott, nee So Ich bringe dich jetzt noch Und ich bringe dich jetzt noch rum, mein Freund Hehehe Mach, 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 mach was du willst, mein Freund Oh Scheiße Oh Scheiße Sudden Death Sudden Death Scheiße Scheiße Sudden Death WTF, das hab ich gar nicht mitgekriegt Seit wann ist denn Sudden Death? Oh fuck, jetzt hab ich mich verkalkuliert Oh fuck, jetzt hab ich mich verkalkuliert Daneben Yes Jetzt hab ich mich verkalkuliert, mein Freund Scheiße Fuck Sudden Death Ich trau mich nicht Ich trau mich nicht Weg hier Komm, baller dich durch, mein Freund Baller dich durch Ich hab Angst, wenn der jetzt mit einer Bazooka da reinschießt Dass der mich dann Irgendwie mit irgendeinem Schlag noch trifft Komm, baller dich durch Sudden Death So kriegst du dich in 10 Jahren auch nicht durchgeballert Fuck 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 Sudden Death ey Ich hab das nicht gesehen Ich trau mich nicht, um mich zu schießen Ich muss aber Das sind zwei Schüsse Schüsse Fuck fuck Zu doch nicht Scheiße Scheiße. Oh, ich trau mich, dem dann nicht aufzuschießen. Wenn es nur noch ein Schrotflintenschuss ist. Jeder hat zwei. Oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil. Oh, geil, oh, geil, oh, geil. Scheiße, ich habe keine Dingsschuss mehr. Fuck. Alles oder nichts. Bitte treff ihn, bitte treff ihn! Ja, 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 ja! Ja! Oh. 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 Ja! Sudden Death gewonnen. Och, du Scheiße. Oh, war das hart. Aber das Spiel hat mich noch gern. Das Spiel hat mich noch gern. Oh, ja, Sudden Death gewonnen. Geil. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch im Nächstblatt wieder einschalten. Wenn dann die letzte Hauptstory-Mission kommt, dann kommt da nur noch diese 5 Visionen an der Seite. Und da freue ich mich irgendwie schon drauf, weil ich mir nicht vorstellen kann, was da sein kann. Und dann irgendwie gefallen mir die Level. Also, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch im Nächstblatt wieder ein. Ihr seht es da hin. Tschüss!